Seit Jahrtausenden haben Tiere versucht, uns etwas zu sagen. Aber ihre verzweifelten Versuche stießen auf taube Ohren, bis sie John Doolittle fanden. Na, was ist? Und jetzt halten sie nicht mehr die Klappe. Hey, was meinst du, wo er das reinsteckt? Das sage ich dir lieber nicht. Schreckt das Ding los, ich bin einer. 20th Sanctuary Fox präsentiert. Darf ich was sagen? Er will mich nicht attraktiv, weil ich eine normale Taube bin, aber wie er den Rotkindchen auf die Brust starrt. Da kann einem richtig schlecht werden. Sie sind rot. Ich finde rote Brüste nun mal attraktiv. Eddie Murphy. Sie brauchen eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Weißt du, wie man das macht? Wie bitte? Das kann ich nicht mal gut stabbieren. Lieber stirbt sie. Nein, aber keine Zungenkuss, doch. Dr. Doolittle. Falscher Alarm war nur ein Bäuerchen. Oh, oh, das ist ein Span.